eine afrikanische frau 100 dollar verdient preisfrage wie viel bringt die nach hause zur familie die bringt 90 dollar nach hause wenn ein afrikanischer mann 100 dollar verdient preisfrage tobi was bringt er nach hause 30 dollar und du weißt sicher was er mit dem rest macht nämlich alkohol so drogen frauen natürlich